Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie und herzlich willkommen zur kosmischen Schwingung für den Januar 2020. Es ist soweit, die Saturn-Pluto-Konjunktion wird am 12. Januar exakt und wir befinden uns bereits in ihrer energetischen Ausstrahlung. Das ist sozusagen ein lauter kosmischer Gongschlag, der eine Zeitenwende anzeigt. Ein Zyklus geht zu Ende, der nächste beginnt. Und wir haben noch weitere wichtige Ereignisse. Uranus wird nach einigen Monaten der Rückläufigkeit wieder direktläufig, der Mars wechselt in den Schützen und Lilith geht Ende Januar für neun Monate in den Widder. Es gibt also einiges zu besprechen in diesem Video. Und weil die Saturn-Pluto-Konjunktion eine so wichtige und bedeutende Konstellation ist, habe ich ihr ein eigenes Video gewidmet. Es heißt Zeichen der Zeitenwende und geht dieser Tage auch online. Über den Zyklus, der jetzt zu Ende geht und neu beginnt, habe ich auch ausführlich in meinem Jahrbuch geschrieben. Und das möchte ich euch bei dieser Gelegenheit mal zeigen. So sieht es aus, das Buch mit der Eule der Weisheit. Wir haben jetzt auch ein wunderschönes neues Layout. Da könnt ihr oben immer direkt auf der Seite sehen, welches Zeichen gerade dran ist. Ihr könnt das Buch jetzt direkt über Amazon bestellen, dann ist die Lieferzeit auch schneller und den Link dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr das Buch bei Amazon bestellt, würde ich mich sehr über eine gute Bewertung freuen. Auch im Januar gibt es natürlich wieder eine Verlosung und diesmal verlose ich mein Buch Geheimnisse der Astrologie. Ihr habt mich nämlich in letzter Zeit öfter mal gefragt, was es denn bedeutet, wenn man den Mond in einem bestimmten Sternzeichen stehen hat. Und darauf bin ich in diesem Buch ganz ausführlich eingegangen. Da stehen sehr schöne Geschichten über die Bedeutung des Mondes in den Sternzeichen drin. Ihr könnt das Buch mit einer persönlichen Widmung von mir gewinnen und wie ihr an der Verlosung teilnehmt. Dazu gibt es mehr Infos im Serviceteil am Ende dieses Videos. Und wer das Buch gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Februar bekannt. Jetzt darf ich gleich zwei Gewinnerinnen bekannt geben. Erstmal aus der Verlosung im Dezember und da habe ich meinen wunderschönen Wandkalender verlost und den zeige ich euch bei dieser Gelegenheit auch noch mal kurz. So sieht er aus. Das ist jetzt das Bild vom Steinbock aus dem Januar und den Bestelllink zum Kalender findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und der Kalender geht an Michaela Braun. Und in meinem Jahreshoroskop-Video habe ich ein Exemplar des Jahrbuchs mit persönlicher Widmung verlost und das hat Sabine Lichtenfels gewonnen. Und falls du dir das Buch schon gekauft hast, kannst du es entweder weiter verschenken oder ein anderes schönes Produkt von mir bekommen. Für meine beiden Gewinnerinnen blende ich jetzt unten meine E-Mail-Adresse ein. Bitte meldet euch dort bei mir, um eure Gewinne in Empfang zu nehmen. Mehr zur aktuellen Verlosung und viele spannende Neuigkeiten rund um meinen Service erfahrt ihr im Serviceteil am Ende des Videos. Und dafür habe ich euch auch den Timecode unten reingeschrieben. Gleich wollen wir uns den Konstellationen vom Januar zuwenden, aber erst werfen wir noch einen Extrablick auf das astrologische Großereignis der Saturn-Pluto-Konjunktion am 12. Januar. Sie wird begleitet vom Vollmond, der am 10. Januar stattfindet, und von Merkur, der hier im Steinbock mit dabei ist, sozusagen als Pressesprecher für die großen Player Saturn und Pluto. Deshalb wird tatsächlich auch viel über diese Konstellation geredet. Sie scheint gesellschaftlich ein großes Thema zu sein und wir sind auch von unserem Denken her darauf eingestellt, uns mit ihrer Bedeutung zu befassen. Und die Bedeutung ist, dass wir unter dem Druck stehen, Verantwortung für unser Leben, unsere Zukunft und auch die Zukunft unseres Planeten zu ergreifen. Und weil der Vollmond beteiligt ist, fühlen wir es auch und machen uns vielleicht auch Sorgen deswegen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass wir uns nochmal klar machen, dass wir mit diesen Kräften im Grunde schon vertraut sind, weil sich Saturn und Pluto ja schon seit zwei Jahren gemeinsam im Steinbock befinden und bestimmte Bereiche unseres Horoskops beeinflussen. 2020 ist der Höhepunkt dieser Entwicklung und das kann mit einem Wendepunkt in unserem Leben einhergehen. Positiv ist, dass sich auch Glücksplanet Jupiter an dieser Konstellation beteiligt, was Anlass zur Hoffnung gibt, denn wir betrachten die Situation nun realistisch, aber auch optimistisch. Mehr über die Saturn-Pluto-Konjunktion erfahrt ihr, wie gesagt, in meinem Special Zeichen der Zeitenwende. Falls ihr diesbezüglich persönlichen Beratungsbedarf habt, meldet euch bei mir und die Infos, wie ihr mich erreicht, verlinke ich hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir uns die Konstellationen im Januar genauer an. Das Jahr beginnt am 1. Januar mit recht positiven Konstellationen. Wir haben einen schönen spirituellen Mond in den Fischen zusammen mit Neptun und Lilith. Ich denke, dass wahrscheinlich viele von uns den Jahreswechsel genutzt haben, um zu meditieren und positive Energien in die Welt zu senden. Unterstützt wird das hier vom Mars im Skorpion, der die Energie der Wunscherfüllung verstärkt. Der Mond bildet auch einen Harmonieaspekt zu Saturn und Pluto und lässt uns hoffnungsvoll ins neue Jahr starten. Der eigentliche kosmische Auftakt zum neuen Jahr ist aber der Neumond vom 26. Dezember, der auch eine Sonnenfinsternis ist. Und darauf gehe ich in meinem aktuellen Mondzyklus-Video genauer ein. Es heißt Neumond der Zeitenwende. Das solltet ihr euch auf jeden Fall auch anschauen. Die Sonne, Jupiter und Merkur stehen ebenfalls im Steinbock und befinden sich hier am absteigenden Mondknoten. Deswegen denken wir jetzt häufig nochmal an die Vergangenheit und wie wir daraus Schlüsse für unsere Zukunft ziehen können. Diese Gedanken sind wegen Jupiters Anwesenheit durchaus hoffnungsvoll und positiv. Dann haben wir noch einen günstigen Aspekt hier zu Uranus. Das ist ein Hinweis darauf, dass wir bei allem Druck und aller Verantwortung auch auf originelle Lösungsansätze kommen. Die Sterne raten uns sogar dazu, quer zu denken und auch ungewöhnliche Methoden und Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Die Venus steht im Wassermann und betont den freundschaftlichen Austausch, auch und gerade wenn es um Zukunftsthemen geht. Am 3. Januar wechselt der Mars in den Schützen, was ein visionäres Denken und Handeln begünstigt und er bildet bis Mitte des Monats einen guten Aspekt zu Chiron. Das heißt, die Evolutionsagenten unter uns haben etwas Wichtiges zu sagen und sie werden sich zu Wort melden. In der Liebe können sich im Januar erstaunlich viele lockere Flirts ergeben. Vielleicht auch gerade weil wir so viel Druck und Verantwortung spüren, dann möchten wir uns einfach ablenken und auch ein bisschen Spaß haben. Das zeigen die Liebesplaneten. Veranstaltungen, bei denen wir lachen können, zum Beispiel Comedy oder auch kurze Reisen, wie etwa ein Skiurlaub, können tatsächlich ein schöner Ausgleich sein, um uns eine Auszeit zu verschaffen. Wer flirtet, muss trotzdem ein bisschen aufpassen. Wir haben auch noch mal das Thema Fremdflirt oder Dreiecksgeschichten im Horoskop. Das betrifft vor allem die zweite Monatshälfte. Da gehe ich aber gleich noch drauf ein. Der Vollmond am 10. Januar ist gleichzeitig auch eine sogenannte Halbschattenmondfinsternis und wirkt deshalb emotional besonders stark. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, verbindet er sich mit der Saturn-Pluto-Konjunktion und mit dabei ist auch der Merkur. Deswegen spüren wir in den Tagen rund um den Vollmond die Zeichen der Zeitqualität wahrscheinlich besonders stark und wollen auch darüber sprechen. Wo haben wir Druck? Wo müssen wir Verantwortung übernehmen? Um wen müssen wir uns kümmern? Welches große wichtige Projekt wollen wir verwirklichen? Und wie fühlen wir uns damit? Solche Fragen können rund um den Vollmond in uns aufsteigen. Am 12. Januar ist dann die Saturn-Pluto-Konjunktion exakt. Der kosmische Tipp, wie wir mit unseren Fragen und Unsicherheiten umgehen können, lautet, verbindet euch und sprecht darüber. Und zwar nicht nur mit Leuten, die sowieso eurer Meinung sind. Lasst auch andere Standpunkte zu, denn nur mit unterschiedlichen Herangehensweisen kommen wir zu originellen Lösungen. Das ist die Botschaft von Venus und Uranus. Die Venus geht nämlich am 13. Januar in die Fische und bildet dann bis zum 18. einen Freundschaftsaspekt zu Uranus. Das sind wunderschöne Tage, nicht nur für inspirierte Gespräche über die Zukunft, sondern auch für die Liebe zum Flirten und für geselliges Beisammensein. Danach kommen allerdings bis zum Monatsende wieder einige Spannungen am Himmel auf. Am 17. Januar wechselt der Merkur in den Wassermann und am 20. dann um 15.55 Uhr auch die Sonne. Sie geht dann in den Wassermann und die Wassermann-Saison beginnt. Dann lässt der Steinbock Druck erstmal wieder nach und der Blick geht wieder mehr nach vorn. Doch es zeigen sich auch Spannungen mit Uranus bis zum 25. Januar. Da werden bestimmt viele Ideen in die Diskussion geworfen und es gibt einigen Gesprächsbedarf und eine gewisse gedankliche Sprunghaftigkeit macht sich breit. Außerdem können sich in diesen Tagen überraschende Wendungen ergeben und nicht alles läuft so ab wie geplant. Doch Jupiter sorgt gleichzeitig für eine realistische und hoffnungsvolle Einschätzung der Lage. Zukunftsthemen und Ansätze für die Lösung gesellschaftlicher Probleme können uns dann beschäftigen. Ab dem 20. haben wir in der Liebe sehr verführerische, aber auch heikle Aspekte bis zum Monatsende. Es kann Missverständnisse geben oder es kommt zu Fremdflirts und dadurch bedingt zu Eifersüchteleien oder auch Enttäuschungen, weil ein Herzensmensch bereits gebunden ist. Außerdem müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht auf der Suche nach Flirt, Spaß und Abenteuer andere vor den Kopf stoßen. Das ist auch deshalb wichtig, weil bei der momentanen Zeitqualität unbedachte Handlungen langfristige Konsequenzen haben können. Der Mars im Schützen macht uns tendenziell spontan und heißblütig in der Liebe, aber wir sollten es langsam angehen lassen und neue Flirts erst näher kennenlernen und ruhig auch unbequeme Fragen stellen, auch wenn das vielleicht die Romantik stört. Auch finanziell können uns diese Aspekte in die Irre führen. Dann lassen wir uns auf Deals ein, die sich bei näherem Hinsehen als gar nicht so günstig erweisen. Gleichzeitig bildet sich aber auch ein positiver Aspekt zwischen Venus und Jupiter. Das heißt, finanzielle Gewinne sind durchaus möglich, wenn man dabei eben genau aufpasst, dass alles mit rechten Dingen zugeht und alle eventuellen Täuschungsfaktoren ausschließt. Am 24. Januar spätabends um 22.41 Uhr haben wir dann den Neumond im Wassermann. Das ist dann eine spürbar neue Energie gegenüber dem vorherigen Mondzyklus mit den ganzen Steinbockplaneten. Der Wunsch, nach vorn und in die Zukunft zu blicken und Gefühle von Verwirrung, Angst oder Sorge hinter uns zu lassen, keimt dann in uns auf. Das ist übrigens auch ein guter Neumond, um sich von inneren Denkschranken und alten Glaubenssätzen zu befreien. Darauf gehe ich dann in dem nächsten Mondzyklus-Video noch genauer ein. Am 27. Januar haben wir noch ein sehr wichtiges kosmisches Ereignis. Dann geht nämlich die Lilith in den Widder, wo sie die nächsten neun Monate bleibt. Die wilde Lilith im wilden Widder, das kann ja heiter werden. Denn das bedeutet, die Ikone des Feminismus befindet sich dann im Herrschaftsbereich des kosmischen Machos Mars. Da werden bestimmt einige Funken sprühen. Auf ihrer Reise trifft sich Lilith im Februar und März erst mal mit Chiron. Mehr dazu dann in dem Video für den Februar. Und ich denke auch, es wird wieder mal Zeit für ein Lilith-Special. Wenn ich es zeitlich schaffe, mache ich das auf jeden Fall noch bis Ende Januar für euch. Der Monat klingt aus mit einem Mond im Widder, der eine Spannung hier zu den Planeten im Steinbock bildet. Wenn ihr in diesen Tagen ein bisschen Stress habt, merkt euch eure Gefühle gut und auch das Thema, um das es jetzt geht. Solche Situationen können ein Vorgeschmack sein auf die zweite Jahreshälfte, wenn der Mars im Widder rückläufig wird und die Planeten im Steinbock herausfordert. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im Januar. Und wie die sich für euer Sternzeichen auswirken, das findet ihr wie immer in dem langen Video für die zwölf Sternzeichen. Jetzt geht es hier weiter mit dem Service-Teil. Jetzt kommt zum Schluss noch mein Service-Teil mit der Verlosung und wichtigen Tipps und Infos. Die Zeitenwende wirft ihre Schatten voraus. Wenn ihr diesbezüglich Beratungsbedarf habt, könnt ihr mich gerne über meine Homepage oder meinen Kundentelefon kontaktieren. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Falls ihr mein Jahrbuch noch nicht habt, könnt ihr es jetzt als E-Book und als gedruckte Version direkt bei Amazon bestellen. Ihr findet darin die ausführlichen Tendenzen für euer Sternzeichen und einen detaillierten Überblick mit den Highlights und den kritischen Phasen des Jahres. Außerdem erfahrt ihr, wann welche Geburtstagskinder wichtige Aspekte empfangen und wann der Merkur rückläufig ist und vieles mehr. Den Link zur Bestellung findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Ich habe auch noch einige Exemplare hier. Auf Wunsch könnt ihr eins davon mit persönlicher Widmung direkt bei mir kaufen, dann schreibt mir doch bitte eine E-Mail. Auch meinen neuen wunderschönen farbenprächtigen Wandkalender 2020 mit den Sternzeichenbildern möchte ich euch nochmal ans Herz legen mit der spirituellen Deutung der Zeitqualität für jeden Monat. Ihr könnt ihn über meine Homepage auf der Bücherseite bestellen. Mein nächster Livestream ist am 23. Januar um 21 Uhr und wir machen weiter mit unserer beliebten Reihe Wer passt zu wem, diesmal zum Steinbock. Außerdem verlose ich in der Sendung wieder eine Live-Beratung und wenn ihr mitmachen wollt, meldet euch bitte über meine Homepage vorher an. Und hier habe ich noch einen Tipp für euch. Anlässlich der Saturn-Pluto-Konjunktion gibt es am 11. und 12. Januar einen Zukunftskongress in Zürich, Reset Astrology, Auftakt zu einer neuen Ära. Und da wird mein Mann Ray Merriman einen ins Deutsche übersetzten Vortrag mit seinen Prognosen für Wirtschaft und Politik halten. Empfehlen kann ich auch den Zukunftsworkshop von Christoph Niederwieser, an dem werde ich selber teilnehmen. Ich setze euch einen Link dazu unten in die Videobeschreibung und wenn ihr auch kommt, treffen wir uns vielleicht dort. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats. Ihr könnt mein Buch Geheimnisse der Astrologie mit persönlicher Widmung gewinnen und alles über die Bedeutung des Mondes in den einzelnen Tierkreiszeichen erfahren. Wer gewonnen hat, erfahrt ihr dann in der kosmischen Schwingung vom Februar. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten Kommentar. Auch Vorschläge und Anregungen sind willkommen. Und ganz wichtig, abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann verbreitet doch bitte meine Videos in euren Social Media weiter. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Empfehlen möchte ich euch zum Jahreswechsel noch das Mondzyklusvideo Neumond der Zeitenwende. Und diese Videos sind auch noch wichtig im neuen Jahr und aktuell Saturn, die Kunst zu manifestieren und Chiron im Widder. Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr und alles Gute mit den Sternen.